Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute könnt ihr mich auf der Botlane als Kalista in Aktion sehen. Zudem muss ich an dieser Stelle sagen, dass es sich dabei um ein Community Game gehandelt hat, wie es auch sonst so üblich ist in dieser Reihe. Dementsprechend bitte einfach nicht wundern, was ihr wiederum wahrscheinlich sowieso nicht tut, wie dem es auch sei. Des Weiteren war auch mal wieder die gute Ehlung mit von der Partie, wie auch im letzten Gameplay. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem nachfolgenden Gameplay. Bis dahin, see ya Leute! Was ich dir geschickt hab grad. Warte. Ja? Und was genau? Ich hab jetzt den endgültigen Namen, den ich haben wollte. Ich hab mich grad umbenannt. Nett! Weiß. Ja? Wend mal kurz. Irgendwie der Michellester hat irgendwie auch Probleme. Wer hat Probleme? Die Michellester. Was er wieder in den Chat reinschreibt. Er und seine Gruppe sind Noobs. Hab letztes Mal gegen seinen Diakolleg in der Mitte. Was in der Mitte? Ne, das will ich gar nicht sagen. Da ist glaub ich ein bisschen mad. Hey, warte mal. Meinst du gerade mich? Ja. Ey, warte mal. Dein Ernst. Ey, warte mal. Ich mach. Ey, yo. Ey, yo. Hey, du. Der Dario ist mal... Ich beachte solche Unterschichtmenschen nicht mal. Der Dario ist knallhart. Oh je. Kleines Kido. Oh Gott. Bitte nicht hier rauf. Der Botlane. Ist es dein Ernst? Hm? Mit Chen ein Support. Oh Gott. Ja, hab Mitleid mit mir. Geh weg von der Botlane! Sagte jemand, der Katharina spielt. Was? Der Michelle, der sagt gerade... Warte. Muss ich mal vorlesen. Äh, dass ich die größten OP-Champions spiele, wie Udia, Kalista, Zed, Wrexile und so weiter. Schiro? Ja? Geh mal runter von der Botlane. Äh, das würde ich ja gerne. Ja, gerne doch. Geh mal weg da, spiel mal nicht. Bleib mal AFK stehen, okay? Komm ja. Das wäre ein bisschen mies. Nein, das ist gerecht. Schiro? Feel that love. Schiro, keine Sorge. Lass mich wirklich ein bisschen leben. NIEMALS! Ich bin doch kein Kalista, wenn wir so sehen müssen. Hast du ja gekritztet? Boah, du trittest dich weg mit ihren Bomben. Was? Hat das gar gekritzt? Weiß ich nicht, hab ich nicht gesehen, keine Ahnung. Du hast aber nicht auf mich gefeiert, oder? Gerade eben. Oh doch. Oh Gott, du, ich treffe ja gar nichts. Schiro, man hat mit dir gesprochen. Was, was, was? Hast du da auf mich geschossen mit dem einen Auto-Attack? Oder war das AOE? Ja, ich glaub's war AOE. Das war das AOE-Boom-Boom-Dings da. Das hat mir 100 live abgezogen. Haha. Das hat gekritzt oder was? Ich hab ja gekritzt. Das hat wehgetan. das war's. Kannst du nicht wahr? Es gibt keinen Fall! Kalista ist Noob-Champion. Das wüsste ich aber. Wer sagt das denn? Ich hab im Chat-Room. Schnauze so krassig auf! Ich werde meine Kalista bis hin den Turt verteidigen. Und dieser AOE-Shot ist so balanced. Ne? Wo ist's? Ja. Du hast... Ich mach mir gleich Pfannkuchen und du wirst nicht so richtig Bock drauf. Nächstes Mal spiel ich schon was wie Draven gegen dich. Ist gut, Mom. Hallo? Chill, Mann, bisschen. Ich nehm bisschen ne kleine Chance hier. Oh, du Schirr. Ja, ja, passt schon. Ich hab grad mal 16 CS und lass mich leben. Ich hab grad mal erst 23. 24. Was siehst du? Oh, so ohne... Ah, ohne Attack-Speak ist es teilweise ein bisschen... Nerf ist. Das ist aber auch grad wie im Kopf. Das ist aber auch grad wie im Kopf. Das ist aber auch grad wie im Kopf. Das ist kein deutscher Satz, aber egal. Hm? Tränger. Das war unser Name. Das war unser Name. Wir sind viel zu defensiv hier oben. Ja, ich muss. Ich konzentriere mich gerade. Voll aufs Farben. Ich hab grad nicht... Simon, was gibt nen Chat ab? Ich hab grad nicht... Simon, was gibt nen Chat ab? Ja. Was ist? Was geht im Chat ab? Was geht im Chat ab? Keine Ahnung, geht grad Chips holen. Ist mir egal, mach den Chat auf. Ich weiß ja nicht. Kein Bock. Du laust aber auch immer an die... Mach mal, ich schau mal kurz rein. Was machst du? Der Dario... Dario blockt grad jemanden. Dario hat keine Lust mehr, sich mit diesem Menschen zu behalten anscheinend. Und? Wieviel Leben hast du noch? Äh... 160. Ja. Drei Sperre mehr und du hast rot gewesen auf jeden Fall. Wo... Ohne healer wärst du glaub ich auch gestorben, oder? Hm, vermutlich ja. Ja, vermutlich. Dankeschön. Naja, ich hab nur dann nicht so die Benötigung was zu essen, wenn ich eh nicht will. Aber naja, egal. Ok, wir gehen zurück. Ich hab 2000 Gold. Nein, ich will erst mit Level 6 back. Ich hab 2000 Gold. Obwohl, eine Valve geht noch, eine Valve geht noch. Oh Gott, hau ab. Ich spiss Jings. Das war alles doch von mir. Und ich bin ich. Was war das für meine Reaktion? Shiro, du bist mein Challenger. Ja, danke, danke. Danke, meine Reaktions sind vom Arsch. Oh man, du tust mir leid. Ich mir auch. Von einer Stunde oder zwei. Achso. Dein Ding zypern. Das ist ein Schen. Du wirst es dir schlafen. Es das war ein Schen. Aber, der braucht ja die Helm. Und ich hab.. Da kommt mir gar nicht so durch. Nur um das gar zu schälen. Du hast Glück, dass ein Shen jetzt wirklich schwirrt. Eben, aber noch das nicht. wenn ich auch ein Geschenk wird wenn du kannst bei der er die Städte Euro ein freundliches bei einem freilich abgeführt so ist es weg war auch nicht und endlich auf der einen geblieben Das war heftig, Mann. Wir sind bereits dran geblieben, ja. Stimmt schon. Ja. Kann man mal machen. Ja, kann man mal machen. Ja, ich... Kauf mir... ...netz so ein Bild. Das passt schon. Wir fangen gerade auf. Ihr habt ja ein Checko. Ja, gut. Der kommt nicht bottom. Das würde ich hoffen. Außer mir ist der Checko und ein Anfänger. Von daher brauchst du hier keine Geraden zu machen. Ich glaube, ich bin First Time Checko. Aber ich brauche keinen Checko auf meiner Lange. Ich bin da eh die ganze Zeit unter dem Tower von dem her. Du machst auch keine... Du bist sowieso, Jinx. In der Head Game hast du immer Impact. Die Bots von der Ersten. Auch wenn dein Ultimate genervt wurde. Ist egal. Na gut, ist ja nur auf Nahkampf. Die Stanz macht dir immer noch Schaden. Ja, eben. Trotzdem ist der Scheiße. Hau ab! Hiiii! Nein! Weg bitte! Geh weg! Bitteschön! Meine Dottes waren einfach zu groß. Hiiii! In den Speer. Nehmen den Speer der Liebe. Nehmen den Speer der Liebe. Von Amor. Ja, Amor. Ich glaube, Amor sind genauso wie Kalister. Wie oft hast du das ab? Wie oft hast du das ab? Wie oft hast du das ab? Du hast du auf Stufe eins. Machst deine E? Ja. Na... Ich will keine Liebe von Dio. Keine Liebe von Dio. Keine Liebe von Dio. Keine Dio für den Tag. Fisch, komm 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 komm. Ah, wir wollen ja. Genau. Dreckige! Kaste dich! Du hast es nicht spüren bekommen! Kaste nur dich! Was war das für eine Ulti? Ja, Shiro. Warum hab ich dir das verfehlt? Wie geht das? Vielen Dank für den Blue-Buff, Rengar. Oh, das ist ja trotzdem mäßig. Ich kann nichts machen. Mann, du hast mich zu fast bald. Ja, aber nur fast. Egal, ich hab jetzt keine meiner Probleme mehr. Kein Problem. Ah, komm, sei doch leise. Lass doch leben, du. Danke. Mann, 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 Mann. Du wolltest mal Superdome bringen. Was fühlst du? Ich hab grad gar nichts gemacht. Ich war nur im Tower. Du wolltest deine Pfeile setzen, also? Ja, wenn die runterkommt, und ich sag mich so auf, halt wegzutieren. Ja, wenn die runterkommt, Okay. Ich glaube, Pfeile könnte ich sagen. Oh, ich glaube, der橋 ist weg. Was ist es zu tun? Ja, ich bin da nicht, ich bin da nicht. Man, ich bin da nicht. Ich wollte keine Leidung. Das bin ich mit auf die Seite. Das ist aber, ja. Ja, die Schirrus ist weg. Shiro ist ja unhöflich Nein Mich töten ist unhöflich Töten ist unhöflich Töten ist unhöflich Ich hab mein Glugöster fertig ist alles vorbei Alles vorbei Ach ja Meine Leon ist momentan so unbeschäftigt dass sie ist Okay Okay Gutes Timing von dir Ist okay Ich will nicht Erstmal solltest du kauen Hm Kauen ist sehr wichtig Okay Ich hab grad mein Eva fehlt Ich hatte grad was im Mund stecken Woll ich grad sagen Ich hab grad dein Eva fehlt Ja wenn man halt Richtig fällt Ach bitte Kommt hier auch noch Tschau Hahaha Shiro Keine Liebe Gerechtigkeit Kommt hier auch noch und ich fühl mich nur geliebt Naja Ich lieb mich auch Ich fühl mich so willkommen 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 Wart mal Hä? Achso Oh ja Du ist nicht da Du magst So cute Nein Braustest du mich etwa Ich habe grad den gesehen Braustest du mich etwa Ja Braustest du mich etwa Ach schade Kann ich mal groß sein Ich hab keine zwei Wildschirme Tja Ärgerlich ne Boah Irgendwie mehr Wurscht Brauchst du doch mehr als zwei Brauchst du doch mehr als zwei Wenn man keine Tech Speed hat auf Kalista Das ist echt Pellen Hallo.de Aha So Vorsicht Vorsicht Der Jace dominiert uns Der dominiert uns Der wird uns noch dominieren 3-0 3-0 Das Marmeladenbrot Hm? Shiro Nein Lula bleibst du so tot Jaaa Du ist tot Trotzdem tot Trotzdem tot Jaaa Vor allem Ich hab keinen Assist bekommen Echt? Warum nicht? Der große Hinten hast du doch nicht angegriffen So kannst du halt nicht Auto Attacken Jaaa Und ich hab den Schenskalk benutzt Ja, weil ich mal ne Q-Reader auf dich machen wollte Nachdem sie wieder da gewesen wäre Deswegen Der Rangor war irgendwo hier Möchtest du mein Fenster zumach? Jaa Der ist ja schon weg Oh Ne, der ist da Was? Du hast es auch gemacht Ne? Was? Du hast es auch gemacht Ne? Haben wir hier hin Du Stück Dreck Damit ist der Auen vor sich ein Kill Ja genau Ist okay Jaja Ja Ja Jaja natürlich Normal Alles wird gut So Shiroi Komm wieder Bleib weg Bleib weg Naja Naja Ist gut Och man Es tut mir echt leid gerade Irgendwie Ja wir haben ja auch Weil vor allem wir haben Betrunkens Betrunkens Betrunklich Genau Betrunklich Betrunklich Aber ich hab wirklich nur noch lachen Also wo ich noch gesoffen habe Hatte ich damit irgendwie nie Probleme Wir gehen zum Tag danach nochmal super Schatzi kommst du? Komma Äh ich hab ja Na ja Autsch hinter mir noch Jace Kommt immer drauf an wie viel man heute Blut hat Nein das sollten wir lassen Ah ich hab mir überlegen ob wir vielleicht Ja ich brauch keinen hier Schonmal gut Ich hab keinen anderen mehr Ja Machen wir mal so Ich hol mal ein Bruner ans Hurricane Oh Tschüss 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 Ja wirklich Elo getötet Ja der war geworden Und du hast nichts gesagt Du Unmensch Oh Oh Ja ich war grad AFK wegen meiner Mutter aber Danke für den AFK Kill Das muss mir nicht sagen Ich hab keinen Kill Nein das war die 1.7 Das war die erste Death Ich bin das persönlich Tu mal da Schiro 0 07 mach ich Ich kann mir bitte immer auf den Ringer fokussen Danke tschüss Was Was haben wir Ringer brauchst Danke 0 07 ist das war uns gerade eben Schiro 0 07 Und du hast dich nicht gerettet War das etwa blöd Das musst du mal ich runterfahren machen Ja ist gut jetzt auf mich zuzuladen Ja Ja Schau Mein Fenster ist jetzt nicht zugemacht Na Ja Danke Ist okay Hau ab Ich vermauere ich doch Fenster zu Ganz einfach Wie viel hast du noch gehabt? Ja das geht noch Kein Ding war nicht so gut für mich Wie er schön wieder Kills machen will Wozu Können wir bitte Schatz ohne Witz jetzt Warte Ringer Geh weg Riven Nerf nicht Oh Gott jetzt habe ich mich gehealt Unterm Tower Richtig gut Pass auf Ringer Wo? 2 Eil Zeichen 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 3 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 Eil Zeichen Leise sein Bist der nicht im Test drin noch? Boah schmerzhaft Herz dir Danke Danke, danke Warte mal, warte mal Obwohl, ne 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 Ja du bleibst hier Ich dachte gerade schon, da wären nur 2 aber Aber meinst Wir sind 3 Ich weiß Wir sind 3 So geil Sneaky, Sneaky Ich würde gut hier Sneaky, Sneaky Boah Oh Ciao Ha Nice, nice So die? Ja Den hier? Ähm, ich will lieber den Chiro holen Nein Nein Ey, lasst mit euch, weil ich wollte den Ding da haben Herzlich Tschö Du bist tot Ach, oh Gott Rengar Ja, dein Chiro ist auch tot 1,08 Sekunden Das ist Nummer 8 Rengar AC Also gegen AC Naja Mist Naja Vieh Wart deswegen, das vergibt mir, oder? Fert live Fert live Fert live Fert live Ach, das ist nicht willkommen, ich hab eine Achso, ich kann ja mit Kalislech einen Autotag Völlig habe ich bekommen aber trotzdem S particular Ich glaub die nächsten Runden guck ich noch zu Ach, Shiro Den men Den men Nicht Ich fang Schwarz mich wie ein Terrorist an zu hören Ah! Ah! Scheiße! Komm her! The Dead Terrorist! Ach mit The Dead Terrorist! Silence! Silence! Silence, ich hab fast keine Wahrnehmung, als ich zu euch immer gesagt habe. Und ich hab keine Stimme. Aber sie müssen gerade gerade nicht schreien. Autsch! Der war jetzt nötig, oder? Ja! Ja! Hat er nur ne Minute Cooldown! Was? Echt jetzt? Ja klar! Wie krank, das ist ein Selfie-Re-Minute. Von daher kann ich auch willkürlich benutzen. Ich möchte... Um sie immer mitzunehmen. Ja! Um Shiro zu töten! Zum Beispiel! Ich hab ja Fluffy Shiro! Ich surrender jetzt. Surrender in coming! Nein! Nein! Ich surrender nie! Eigentlich! Nein! Nein! Ciao, ciao! Du bist ein Doofmann! Du bist ein Doofmann! Hast du gehört? Ja gut, ich sehe nicht, dass er weckt! Hast du ins Zehn Tackle. Was muss man sehen? Echt! Was waren das denn? Dat heute! Ja, ich hab das schon gehört. Oh Gott! Na ja! Machen wir's dir wollen! Ha! Oh mannn! Du hast doch richtig gerackt. Du hast noch geflasht und dich extra. Echt jetzt? Ich bin geflasht. Na, ich mein etwas. Ja klar. Dann okay, aber naja. Die Ultimate, die ungefähr eine Mikro-Kulat. Was ist das? Was sind das für kommende Steine auf dem Weg? Was ist das? Das ist die W von der 6. Neu, was ist das für ein Git? Neue Seiten ist dort. Da, 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 da! Ah, jo, was ist das? Ja, oh, so ein Hexer sind da. Gab's den erst? Na ja, am... Ich glaube, Dienstag kam noch raus. Was, da komm ich nicht durch? Ehrlich? Doch, eigentlich schon. Okay, dann musst du auch mal ausspielen gleich. 6 lauf 6 6, oh da kommt der schon geil sorry ich hab's in den Ring da einfach zu sehr warte ich hab's getötet wow ok nice spär dich noch einmal weil meine Award kennst du hinter mir hinter mir das war so knapp du bist noch da oder schreckiger du bist schon lass mich leben ja gut dann warte ich auf dich ok lass mir jeder noch einen Farm nehmen nein mach dir schon wieder ohne mich Kills ich bin enttäuscht Schatz ich schmier grad mein Brot Mann Mann egal du gehörst mir ich nehm mich mit ich lebe noch ich bin noch ich bin mich geehrt Toppin ist auf jeden Fall stärker also in Bezug auf Rengar natürlich ja schau's dir am besten mal Silphi an Silphi ist ja Main Rengar Spieler mach ich das Rengar oder weißt der Rengar Spieler auf unserem Server Drei wir sind alle wow der du kisst der Boden Nein du rèkes war das dir schmecken ich kann dich nicht verstehen du hast dir Mut zu folgen ich dachte Pink reicht ja der Rengar ist tot Schade So, jetzt können wir weiter arbeiten Aha Oh Gott Nein, ich wollte es Ah, warum das heißt, das scheiß Zeug umgelegt Eieieiei Keine Liege für mich, Leute Das ist auch so Das ist auch so schön, der Rengar Wir können Barron machen Ich bin 07, das ist irgendwie mies 07, 0 Die 7 müssen eigentlich bei den Assists sein, dann wird es passen. Oh, dich bin ich gesprungen. So. Ist egal. Versucht den Platz aus Malten. Ja, das würde ich mal gerne sehen. Ja, das wäre nur du. Wenn ich das hinbekomme dann, ja. Ja, 2.000 live. Das ist so klasse mit Kalista, ich liebe das. Das ist so klasse mit Kalista. Oh, die zappt back toll mit den Dingen sind genial. JAU! Du Arsch! JAU! Schau, versuch noch mal. Kann ich da nicht. Ab durch die Mitte. Da braucht noch mehr Tech Speed, das wird benötigt. Komm, noch mehr Tech Speed. Oh, der Surrenderboot ist da. Ihr habt surrendered? Ne, ne, da. Ach komm, Geist, nicht surrendern. Chiro, never surrender. Na, ich nicht. Na, gucken, was die anderen denken. Never surrender. Ja. Au, jetzt halten. Mein Blue. No, I'm happy. Jetzt machen wir wieder Kids ohne mich. Wir können nicht mehr. Du Dreckiger, du hättest echt warten können. Keine Liebe für die Leon. Boah, was da alles hinterher fliegt. Irgendwann. Scheiße. Hier ist irgendwo... Nein, ich lasse es uns. Glücklich, ich durfte Verloten. Okay, klar. G, G, noch eins. Ja. Ich hab'n Kill. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Ich lebe. Ich hab's geschafft. Wenn du getrunken, dann kann ich auch gewinnen. Oh Gott. Du Lack, Karne. War alles geplant. hat sie in den Tod? Beide? Dankeschön. Ebig Bane. Dein Kill. Die Roten Kill bekommen. Egal, immerhin. Mein zweiter Kill bitte. Ich bin fully Cripped. Ach komm, jetzt mal 3 Street defrost. Muted! Muted! Ach, Schirro. Schirro, das war mein Weihensgeschenk an dich. Oh, dankch, ich dachte nie. Das frühzeitig ist. Das kann ich nicht mehr merken. Bisschen früh, wir haben nicht mal richtig Sommer. Sommer ist immer. Ich will nicht mit 1,7 gewinnen. da soll ich sagen mit 2 7 also 2 bis 2 gleich 5 richtig ich war so weit wie lang schrumpft das ist keine ahnung drack ist in der kunde das wäre gleich vorbei du willst uns gleich schaden das dauert noch ein bisschen davor kommen die mine sind die wagen die back zu runter das ist doch Oh, der Ranker, was macht der? Oh, der ist jetzt noch kalt, komm. Rain train. Hey, Chiro. Gott, du bist auch noch da. Ja. Ciao. Ja, komm, Penta. Kein Penta. Deswegen wollte ich in den Jungle gehen eigentlich. Glaube ich dir. Glaube ich dir, Kessio. Egal, gib mir noch eine Stunde oder zwei, da bin ich wieder normal. Da bist du dann wieder, hier trinken. Ne, da bin ich normal. Da bist du normal. Da, da bin ich mal wieder divertigt. Da bin ich mal wieder. Da bin ich noch einmal. Da bin ich noch mal. Da bin ich eigentlicher Neils aufgeregt. Da bin ich noch, da bin ich noch eine Stunde. Vielen Dank.